Kommt zu einem weiteren Partner. Mal ist zu erschöhen. Er hat mir gestoppt. Ich weiß, die Lösung. Hab nachgeschaut im Internet. Das war ganz normal. Wie immer, Alter. Ihr wisst bestimmt schon von der Schlüssel ist und so weiter. Einfach hier runter erstmal. Dann den Koopa dort hochschießen. Der macht es. Wir müssen groß bleiben, auf jeden Fall. Wir können das hier machen. Und dann. Aber im Ernst. Wie soll man da drauf kommen? Wie soll man da drauf kommen? War mir so klar, dass wir klettern müssen. Hier war Beschmeiner? Ja, obwohl. Ich weiß, dass da eine Rotation ist. Schaff ich's noch? Jawohl. Zwei Münzen. War mir so unklar. Drei hab ich. Vier. 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 richtung anstatt dass ich dort hin lauf einfach okay weiß ich auch wissen wo der ist wenn es nach unten schwieriger aussieht dann musst du auch dort sein seit ihr lab mal da ich hab schon 7 es war nicht besonders schwer ich hab schon 15 kontinion safe so besuchen wir hier jetzt ein secret exit ich habe jeden acht dich jetzt eventuellen ist nirgendwo was kommen die durch es ist der secret exit da muss man dort lang wie komme ich da hoch verstehe müssen ein kruppepanzer oder somit ja viel zweck ach so jetzt kapier ich es Das war's. Wie hol ich den? Ah. Gibt's auch. Ah. Jawohl. Ach so, der führt auch wieder zu einer Star-Wart. Ist gut. Aber wir müssen das jetzt ganz normal schaffen. Glaub ich schon, dass wir das schaffen. Sick war jetzt auch nicht so schwierig. Aber nicht einer der Schweiner der Leichten. Passiert. Ist nur ein Pilz. Finde ich. Ist nicht so schlimm. Aber jetzt kann man das erstmal waschen. Etwas. Oh nein. Ein Scrolling-Level. Ja, es ist noch zum Einschlafen. Immer noch langweilig. Okay, jetzt geht's. Schon zur Sache. Oh, was ist hier runter? Das war wohl gar nichts. Das war jetzt cool, was ich jetzt gemacht habe. Und das hat auch nur ein Exit. Schafft mal locker. Kommen die Boxen. Dun 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 dun. Von welchen Lied ist es nochmal? Von welchem Spiel? Ah, von Super Mario Land natürlich. Wie schön. Glaub ich. Super Mario Land Musik. Glaub ich mal. Wenn ich mich komplett falsch irre. Und so zwei Leitleute. Aber ey, ich glaube schon, dass es... Ey, das ist ein Wickler. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hau. Ja. Ja, mach mach mach. Bitch, auf der. Oh. Es riecht nicht. ach so es ist das ist jetzt so gesagt was weiß scheiße weil es donnert und so weiter jetzt viele aber halt haben sich schon was eingefallen lassen ja für keine ahnung wie das geht so hatte ich will herausforderung ein scrolling level mit fallen und man wie lava ich sag jetzt mal lava dazu weil das ja so genannt wenn man da stirbt wenn man drauf tretet mir zum ernst es wird immer leichter ok als kein spin job auf dem jetzt wird es richtig schwieriger merke ich gerade wegen den ganzen scheiß fischen die nerven und zwar wirklich wir nerven richtig geschafft und kessel 4 gehen wir auch gleich rein ach so ja geht schon von der schwierigkeit her jetzt gibt es keine leichten brocken mehr ich glaube ich weiß warum die blume und die feder glaube ich erstmal zum schluss kommen oder überhaupt nicht es soll ja nicht klar vereinfacht werden finde ich schon korrekt von denen ich glaube wir können hatte bär jetzt drehen sie durch zum glück habe ich jetzt das blaue ding sonst wäre ich übel zu abgekackt mal wie schwierig das schon gemacht wurde so hatte ach dieser kleine wichser da war ja leicht machen wir noch dieses level die sind alle voll witzig hier aus ja klar klar wichser ja 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 ich habe keine ahnung dieses level ist eigentlich schon gut ich finde es hat es einen guten hier kann man gut waschen aber die pilze werden unsichtbar warum warum werden die pilze unsichtbar ich glaube jetzt muss ich den ganzen weg von vorne wieder zurücklaufen haben die schon nur solche einfahren lassen das level ist eigentlich schon lang vielleicht wird es ja noch länger was war das was war das mr hacker ich würde lieber erstmal die probleme alle fixen und so weiter bevor ich das ausgebe in smw central ist das war jetzt alle mit der feder hättest du das cheaten können wir müssen glaube ich noch etwas machen hier was soll das haben wir schon gemacht okay okay ich verstehe wir haben jetzt schon viel wissen bis dann würde ich sagen tschüss bis zum nächsten pot meine freunde